Wer ist jetzt einer der Top-Favoriten in der zweiten Bundesliga? Ja, ich sage immer, so abgerechnet wird erst am Schluss und ich hoffe, dass wir am Schluss unter die ersten drei stehen werden. Hoffen Sie es denn auch über gute Leistungen hier in Deutschland nochmal für die Nationalmannschaft in Österreich? Sie haben ja, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, drei Länderspiele bisher auf Ihrem Konto nochmal für die Nationalmannschaft von Herbert Proasca empfehlen zu können? Ja, sicher, das Ziel liegt immer Nationalmannschaft, aber das Wichtigste ist jetzt einmal, dass ich mit Hertha BSC aussteige in die erste Liga. Okay, dazu wünsche ich Ihnen alles Gute, vielen Dank nach Berlin und Tschüss Ernst Ogris. Tschüss.